hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fordert hier auf meinem kanal wir spielen heute wieder eine map und zwar ist es die wie heißt sie denn 123 level easy bunny hopper parkour natürlich kann man da auch wieder xp für den battle pass verdienen und ich würde sagen wir warten bis die map gestartet hat und ich spiele wieder privates match alleine natürlich mit freunden zusammen verdient man natürlich mehr xp und ja so wir warten jetzt bis die map gestartet hat bis dahin trinke ich noch einen wunderschönen heißen kaffee so na dann lade mal ja ich habe die map schon mal gespielt aber nicht bis zum ende und ja ich würde sagen einfach direkt einmal starten so und da geht es los ihr seht xp kann man wieder verdienen einfach indem man die münzen einsammelt oder aber nicht das macht nein indem man easter eggs findet tatsächlich so auch nicht ähm ja so sollte man nicht starten so sollte man nicht starten sohchen ähm ähm ok ok oh 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 we schaut mal 10 level gemacht und 1036 ep erhalten alles für den battle pass schön schön so da sind sie gut geschrieben worden so muss es sein so soll es sein aber nicht sterben wow wow da war ich zu langsam da war was anders so ja komm ich hab doch klettern gedrückt ja komm ich hab doch klettern gedrückt es ist 6 uhr 28 in der früh ich bin seit 28 minuten wach und es geht schon wieder richtig los bei mir hier wie ihr gesehen habt bei den giftpfeilen kann man schön am ende stehen bleiben äh oder was heißt am ende ähm in der einen ecke ohne dass man getroffen wird tatsächlich so da gab es wieder xp für den battle pass ich hätte nicht gedacht dass ich da oben stehen bleibe sondern dass ich mich eher hochhange nein ich hab's kaum gesehen ich weiß einige von euch kriegen das besser hin aber ich bin nicht einige von euch ich bin ich ja nicht mit mir ich bin nicht oder wie du ich bin du 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 Nee, das war nix. Und das war auch nix. Äh, ich frag mich grad, wann das erste Secret kommt, wo man Bonus XP verdienen kann. Oh nein. Uh, ich hab's geschafft. Oh. Da gab's wieder die XP. Schön, schön. Nein. Bleib steht. Ach komm. So, das haben wir aufgemeistert. So. Nein. So. So. Söchen, das ist doch mal hoch. Oh Gott. Nein. Äh. Shit. Shit. Da ist er. Komm, respawn schneller, dann schau ich das. Ja. Geschafft. Da gab's wieder die XP. Da gab's wieder die XP. Süchen. Ihr seht jetzt noch mal man kann schön an der Ecke stehen bleiben ohne dass was passiert. Soooohh. Soooohh. Zwei. Haaaah. Äh, habe ich das erste Sieg schon verfehlt? Ohohoh, das war knapp. Oh nein. Kann man hier? Kann man nicht, schade. Sooooh, die ersten 62 Hammer. Ich muss warten bis das bei mir ist. Okay. Sooooh. Sooooh. So, ihr seht das auch nochmal. Schön an der Ecke stehen bleiben. Nichts passiert. Sooooh. 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 und ihr seht ich mache jetzt tatsächlich wenn alles gut läuft noch level 56 im battle pass ich habe gefühlt die hälfte der level einfach nur durch solche maps bekommen also wie gesagt wenn ihr selber solche maps entwerfen tut und ihr wollt dass die gespielt werden schickt mir euren mapcode und dann spiele ich diese natürlich auch gibt mir noch ein paar infos zur map kann man xp verdienen oder nicht kann man secrets finden wobei das müsste nicht sagen wenn die offensichtlich sind zum beispiel aber ja schickt mir einfach eure mapcodes wenn ihr unterstützt werden wollt weil ihr euren creator code mit eingebaut habt dann kriege ich das natürlich auch gerne an um euch zu unterstützen xp Outsch, das tut mir am Arsch. Wow. Kann es sein, dass die Secrets, also ich weiß von drei Secrets, dass die nicht mehr auftauchen, wenn ich die schon mal gespielt habe? Aber das wäre ja creepy, wie soll man sonst jedes Mal die Post-XP bekommen? Warum bouncet das dort auf einmal? Hör mal auf! Oh! So. Nein. Muss das anders machen. Ja, ich hab's geschafft. GG, aber wo waren jetzt die Secrets? Ach, guck mal, hier gibt's, oh, oh, guckt euch die XP an! Ui, da ist der Battle Pass Aufstieg! Okay, Secrets hab ich jetzt, ich weiß, hier gibt's Secrets, aber irgendwie, wir haben keins gefunden, gesehen. Da hab ich ehrlich gesagt gar nicht mehr drauf geachtet. So, mir gefällt diese Map tatsächlich, aber den Creator kann man hier nicht unterstützen. Da oben ist noch ein Ei! Da oben ist noch eins! Alter, gibt's denn noch mal XP? Mal gucken, wie man da hochkommt. Ähm, wie komm ich zu dem XP-Ei? Gar nicht! Da ist noch mal eins! Ist hier noch irgendwo eins versteckt? Nö! Schade! Ich will an das Ei ran! Gib mir das Ei! Ah, so! Jo, nochmal 8000! Schön! So, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da! Den Map-Code findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye-bye! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal!